und damit hallo freunde und pokenenden willkommen zu einer neuen folge von pflanzen gegen zombies nein wir sind noch längst nicht sein wir sind noch längst nicht durch mit dem spiel ich kann einfach keine sätze bin ich bin dumm ich kann kein deutsch naja wäre mal willkommen zu einer weiteren folge für die die noch dabei sind und sich dachten ja nach der story gucke ich noch weiter zu vielen dank oder so ich habe mich entschieden dass ich nach der reihe ja noch abenteuer mini spiel rätsel noch überleben mache und irgendwann noch die ganzen sachen im laden und dem sand garten vorständige wieder schau ich auch mal das spiel und macht den sand garten weiter sieht man schon habe ich die beiden pflanzen schon voll geupgradet und da mache ich später noch weiter oder so und ich habe jetzt wie gesagt dazu entschieden erst mit mini spiel dann rätsel zu machen weil das in der reine folge so ist und ich will alles nachher einfolge schätze ich mal machen und das erste ist som botanik so was ist das die sind ja niedlich aus so kleiner zombie mit einem erbskanon wie ich auf seinem kopf und dann in seine weihnuss eigentlich ganz nett ganz süß ob es um blume wenn wir mal mit geld haben finger blume und was kommen am besten sowas noch und sowas noch ja eigentlich brauchen nicht mehr mal schauen und von jedem dieser minigames glaube ich gibt es mehrere stufungen das heißt dieses minigame gibt es level 1 level 2 und so wenn ich verstehe ich das meine ob ich nicht nach hinten dann packe ich halt noch da an die reihe die schießen sogar so okay das ist echt cool irgendwie ist es echt cool muss ich zugeben so verdammt ich brauche dann eine walnuss schnell also ich kann mich halt wirklich nie an die sachen erinnern vielleicht habe ich auch nie gespielt das kann gut sein deshalb entschuldigt mich fast ich bin ich dumm bin jetzt ich weiß nicht ob das passt du kommst ja nicht durch neun die kürschbombe kostet auch wenig ja was mache ich jetzt die geht gleich auch die gehen mir geht echt an ich brauche dann für kürschbombe ich versuche es mit der kürschbombe greife ich die beide ja die sind aber leider fast tot das ist nicht schön hier unten sind wir schon wenig geschützt finde ich gut wir haben zwei van vor uns in diesem kapitel hast du abstufen schätze ich mal da oben kommt wieder einer und da kommt auch noch der nächste hoff ich dass er nicht stirbt das wäre ziemlich kacke okay ich glaube unsere sind stärker als deren seit von der robustheit meine hoffe ich zumindest und sieht auch meinetwegen so hatte da hat er nicht gemacht und da hat er nicht gemacht hat er nicht gemacht hier schießt niemand warum wenig ist es jetzt was machen wir da jetzt ich habe nur eine sonnenblume merke ich gerade das ist nicht genug ich muss ich die durchkommen lassen ich kann nichts machen gerade ich kann doch wirklich nichts machen man ist das kacke nicht du auch noch niemand mag dich darum du überlebst das doch oder oder ja da kommt durch so eine wallnuss hier wäre ganz gut dann wäre das mit obwohl da hier werden gebaut werden ja hier so lange so lange vor ort reicht und wir dann noch einen reinbauen zack gib mir was 12 egal reicht zumindest zu kühlen ich hätte vielleicht am leben lassen sollen aber hier in der mitte kommt keiner gerade hier irgendwie ist es doch gar nicht mal so leicht merke ich gerade ich bin das auch nur ich aber ich finde das ist gar nicht mal so leicht oh scheiße und die hier sind sehr robust das weiß ich also das habe ich jetzt schätze ich jetzt mal ich weiß es nicht aber ich schätze ich werde ihn auf ist dass ich noch eine wallnuss auf nein 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 scheiße er ist durchgekommen kacke ich will nicht benutzen die hochwallnuss nur wenn ich genug habe das habe ich ja gerade nicht kacke 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 leute ich musste wirklich ich packe hier noch ein hin wenn ich geld wieso nicht ja gut dass wir umgepackt habe so jetzt können wir hier noch mal so stecken die katate die katate gut gut dann muss man ihn jetzt keineweilung hat dann muss ich die sondere benutzen ich weiß es nicht mache ich richtige entscheidungen der wird sterben wird auf jeden fall sterben ich will nicht upgrade gesagt das gibt es doch echt nicht der modus ist gar nicht mal so leicht ich packe jetzt einfach dahin ist mit das ist mir jetzt egal ich pack mir dahin gut nicht schlecht na gut außer hier da ist schlecht da bräuchte ich noch mal weil er jetzt durchkommen wird ja das packen wenn nicht ich dachte echt die packen das nein 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 das ist nicht okay oh no it's not okay ich musste das jetzt tun ich weiß man hört meine maus immer so klicken so aber keine ahnung ich habe mir das irgendwie angewöhnt oder so glaube ich sorry auf jeden fall falls es wirklich nerven sollte und tut mir vorlieg dass du das sagst du bist mir sorry bombe 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 bombies 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 i need some bombies i need some bombies really quick thank you nope wir haben gleich genug geld ich mag diese blumen wirklich die geben einen wirklichheit ganze geld und das ist das ist wichtig das brauche ich gerade frage ich kann nicht klicken also nicht richtig kicken merkt man ja hilfe ich sage ihm so ich würde nicht Ratner zu nommen. Macht einfach weiter. Gibt es denn sowas, Leute? Lass ein Like da. Okay, sorry. Ich dachte, ich wäre lustig. Aber wir schaffen es. Yay. So, zack, zack. Äh. Mach den jetzt kaputt? Weiß es grad nicht. Kaboom. Kaboom. Die B. Oh, wir haben es geschafft und kriegen dafür genug Geld. Neues. Trophäe Neues bin ich eingeschaltet. Es regnet Pflanzen. Okay. So, Leute. Aber jetzt machen wir das, was ich die ganze Zeit machen wollte. Ja, weitere Plätze. Das kannst du für jedes Level, jedes einzelne Level, neun verschiedene Samen auswählen. Was? Es gibt ein Zehn Plätze. Ich wusste davon nichts. Wirklich nicht. Ich dachte, ich bin durch damit. Ach man. Egal, so ein Botanik Minigame. War so lustig. Aber ein wenig, etwas zu wenig. Ich dachte, da gibt es vielleicht mehr. Mehr Sachen. Naja. So, allerdings haben wir Nussbowling. Das kennen wir. Das kennen wir schon. Ja, ja. Das kennen wir schon aus dem einen Level. Tadadadadam. Ich glaub, das war sogar das letzte Level. Die ersten Welt, kann ich sagen. Weil wie auch immer das Minispiel macht ziemlich Bock. Oh ja, oh Mann. Bissingen, in den幾mal... Mit Singenden, das kann ich zu nicht gut. Bum... 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 Imp perm... Und triff halt endlich. Als ob er den nicht getroffen hat, aber doch nicht Und tjuu, Kombos gebe in einem Geld Deshalb mach am besten mal ein paar Kombos Mach das jetzt, sonst bring ich dich Oh, warte, bist du ja schon Oh, man Oh, nice Oh, nein Oh mein Gott, ich hab mich grad wirklich voll erschreckt Tut mir leid, dass ich manchmal so rumschraube, aber ich hab mich grad voll erschreckt Ich dachte, ich mach ihn easy so, weißt du Aber der spielt ja was rüber No Zudem mach ich mir ne Bombe, sobald ich eine bekomme Muss ich, ja, ich muss ihn anscheinend so machen Oh, drei Es hängt drei, Alter Oh, nice, Mann Dankeschön Boah, ich anscheinend 80.000 Ha, tut das weh Ich dachte, ich hätt das jetzt Und dann war alles cool Aber so ist das leider nicht Nice Bombe Was, krieg ich kein Geld für die Bombe? Oh man Geh doch Ja, ich hab nichts gesagt Ja, ich hab nichts gesagt Ich zweifle grad ein wenig, ob ich's überhaupt schaffe Wenn ich ehrlich bin Da unten muss ich mir nicht was machen Bam, bam Und Ja, gut Geh mal hin Weg Mit euch Nice Dankeschön So, weg mit dir So, weg mit euren Freunden Bombe reinschweißen Weg mit dir Hau ab Für die ähnliche Sonne gespielt Hab ich das schon mal gefragt? Wenn nein, dann würde Dann frage ich's jetzt mal Wie finde ich denn den Sonne, wenn du spielst? Okay, ein bisschen was muss man aber in den Minispielen unter Stress, finde ich Die sind nicht einfach Gut, nicht unbedingt so krass schwer Der und so, weißt du? Nee, nee Aber auf gar keinen Fall sind's einfach So, weg mit dir Also, ich mein so halt Okay, jetzt weiß ich echt nicht, was ich tun soll Fuck Sorry Mann Verdammt bin ich das nicht so angewöhnt Dass ich so rumschreie die ganze Zeit Ja, was mach ich jetzt? Lass ich einfach alle rüber gehen Damit die alle sterben Ich glaub, ich mach das einfach Kriegst du zumindest wenig Geld Äh, gar kein Geld, meine ich Ist es zumindest nicht so schwer, meint ich eigentlich Das wollte ich eigentlich sagen Aber jetzt bin ich halt null geschützt Nur hier Gut Nein, das ist mir nicht gut So Ganze Welle Doch nicht? Wir wollen noch mehr Okay Jetzt aber Oh Mann, die geben immer noch nicht auf So Jede Reihe überall was reinpacken Ja Wee, wee, wee So Mal das Geld Da packen wir mal eine Bombe rein Nein Die haben die anderen nicht getroffen Oh Ich dachte, ich treffe damit viel, viel mehr Leute Oh, da unten Da Oh mein Gott Ich kriege jetzt gerade viele Bomben Treffe ich die? Ja Okay Bin da unten, nach unten Nein Das wollte ich eigentlich nicht Scheiße Was mache ich jetzt? Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter Aber ich habe zumindest Parler direkt Nein Ich habe extra gewartet Ich habe extra gewartet Ich habe es wirklich gesehen Ich habe extra gewartet Scheiße Schönen Geld und gut So, ne Aber Ich brauche Nüsse Oh nein Es ist echt viel Geld hier Oh mein Gott Nein Nein Wow Holy shit Okay, jetzt wird es krass By the way Wenn ich das nicht schaffen sollte Oder irgendwann mal halt Mal was ich schaffen sollte Oh, da steht dann Dann werde ich Nach dem ersten Versuch Auf jeden Fall mal cutten Bis ich es halt dann geschafft habe Wenn ich es halt einfach den Materialversuch hat Zeigen Ich denke mal Das ist so am besten Und das ist auch nicht so langweilig Ich schätze ich mal Ich kann es natürlich nicht wissen Jetzt gibt es auch small So, da oben ist natürlich viel Lust Und unten einer auch ein wenig was So, wir haben noch fünf Zombies Was mache ich jetzt Was mache ich jetzt Da unten ist ein ganz normaler Hier oben sind die Krassen Buys Oh nein Jetzt habe ich einen Fehler gemacht Glaube ich Ich hätte den hier oben Dann selbst killen sollen Das ist ein größeres Problem Warte Ich warte Jetzt rastet er nämlich Aus Obwohl ich mal einfach so Und geschafft Ich hatte ganz kurz gedacht Ich schaffe es nicht mehr Aber doch irgendwie Schaffe ich es immer machen Neues Mini-Frische Milchbeigefrau Big hold Back hold Okay Interessant Ich glaube Mehr schauen wir In dieser Folge Sogar gar nicht mehr Das ist blöd Ich weiß nicht Wie lange geht das Spiel automatisch Ich kenne die nicht Aber hier ist ein Diamant Vielleicht kriege ich ja Geld Ja, aber Wir werden ab hier Die Folge werden Ne, bis kurz in Folge Warum nicht Ist gerade 90 Genau 19 Uhr Völkens genau 19 Minuten Wenn es euch gefallen hat Leute Lasst euch gerne Prostigbewertung Würde mich gerne Freuen Und dann Freue ich mich Beim nächsten Mal Wieder Nächstes Folgstfolge Ziemlich Folge 20 Habe ihr seid Gehalt Haut rein Leute Schönen Tag Und Tschüss